Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Es war für mich schon etwas befremdlich, dass wir als Parlamentarier erst im Schulausschuss hörten, dass eine fünfköpfige Expertenkommission zum Thema bereits zweimal getagt hatte. Natürlich würde ich Herrn Senator Rabe zurufen, wenn er da wäre, steht es ihm als Vertreter der Exekutive zu, sich eine Expertengruppe nach seinem Gusto zusammenzustellen. Sie müssen sich dann aber nicht wundern, wenn das wieder auf das Konto Gutsherrenart gebucht wird. Leider kennen wir das ja mittlerweile von der SPD in dieser Stadt zur Genüge. Und auch unserem gemeinschaftlichen Konsens, den Schulfrieden zu wahren, ist dieser Weg nicht sonderlich dienlich. Aber zur Sache selbst, die Einführung von zwei unterschiedlichen Studiengängen für Grundschul- und Stadtteilschulen, der Einführung stimmen wir natürlich zu. Das war überfällig, nur die Zusammensetzung der Reformkommission ist in der Tat reformbedürftig. Da hat Frau von Treuenfels ganz recht. Es ist wichtig und schlüssig, dass von Beginn einer Lehrerausbildungsreform an alle mit dem schulischen und auch dem nachschulischen Weg der Schüler beteiligten Akteure eingebunden werden sollten. Neben der fachlichen Ausbildung müssen die angehenden Lehre von Beginn des Studiums an in der für den Lehrerberuf erforderlichen Verhaltenskompetenzen ausgebildet und gefördert werden. Und wer könnte hier bessere Empfehlungen und Impulse für die Ausbildung geben als gestandene Praktiker. Und auch ist es sicherlich der Sache dienlich, wenn bei der Verbandsherkunft der Lehrer paritätisch und umfassend vorgegangen wird, nicht nur linke Sicht bedient wird, die in der Tradition von Einheitsschule und Kuschelpädagogik steht. Gerade der Deutsche Lehrerverband zum Beispiel zeichnet sich durch einen unideologischen und außerordentlich fachkompetenten Zugang zur Materie aus. Auch die Forderung der FDP nach einer Beteiligung von Vertretern der Handels- und Handwerkskammern in der Reformkommission ist zweckdienlich. Schließlich werden sich hoffentlich viele der Absolventen der Stadtteilschulen auf eine Lehrstelle in Handel und Handwerk bewerben. Schon heute müssen die Betriebe dabei die Versäumnisse der im Vergleich zu Sachsen und Bayern deutlich schlechteren Hamburger Bildungspolitik ausgleichen. Da wäre es mehr als hilfreich, insbesondere im Interesse der Schüler selbst, wenn die Wirtschaft sich mit ihrer Expertise einbringen kann. Es geht jedoch auch bei der schulischen Bildung im Bereich der ersten und mittleren Abschlüsse nicht nur um Berufstauglichkeit und berufliche Verwendbarkeit von jungen Menschen für die Wirtschaft, sondern auch um eine Allgemeinbildung, die dem humboldtschen Bildungsideal in den verschiedensten Abstufungen gerecht wird. Dafür ist eine qualitativ hochwertige, allgemeine und spezielle fachliche Ausbildung angehender Lehrer unerlässlich. Dies Wissen kann nur in einem umfangreichen und dennoch vertiefenden Studiengang erworben werden. Eigentlich müssten deshalb neben den Praktikern und neben den Fachdidaktikern auch Professoren aller relevanten Fachrichtungen an einer Lehrerausbildungsreform mitwirken. Auch wenn uns dieser Teil im Antrag der Kollegen von der FDP etwas zu kurz kommt, also etwas zu sehr und zu schmal auf die ökonomische Verwertbarkeit der Lerninhalte abgestellt wird, so ist der Antrag doch als solche richtig. Die AfD-Fraktion wird daher dem Antrag der FDP in der Sache zustimmen. Vielen Dank.